Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Episode der Trainerkarriere. Heute mal wieder mit Episode 8 am Start. Und ich weiß natürlich ganz genau wann das Video kommen wird. Wahrscheinlich heute, also zum Teilpunkt dieser Aufnahme haben wir Mittwochmorgen. Das heißt ich werde es wahrscheinlich so am Freitag oder so veröffentlichen. Mal schauen. Muss ich ja alles vorher hochladen. Bin ja die gesamte, also von Donnerstag bis Sonntag einschließlich in Köln auf der Gamescom und samstags nicht auf der Gamescom, aber auch in Köln. Und jedenfalls muss ich dementsprechend natürlich ein bisschen vorproduzieren und deswegen muss ich mal schauen wann genau das on kommt. Aber wenn ihr jetzt auf eure Uhr oder auf euren Kalender oder auf euren PC unten rechts in die Taskleiste schaut, dann werdet ihr schon wissen an welchem Tag es ist. Ich weiß es jetzt nämlich noch nicht. So ich habe mal wieder ein paar Fragen. Nicht so viele dieses Mal, einfach weil ich ein bisschen die Übersicht verloren habe bei den ganzen Fragen. Und deswegen mir nur ein paar wenige mal rausgeschrieben habe jetzt, damit ich wieder auf einen aktuellen Stand ein bisschen komme. Ähm, noch nicht ganz sicher bin, ob das reicht, aber werden wir sehen. Ansonsten rede ich halt noch ein bisschen über irgendwas anderes. Wie doch auch sei, wir haben hier unser erstes Spiel jetzt gleich gegen den HSV. Ähm, so jetzt gehen wir mal kurz auf Einstellungen, denn, ja gut, Weltklasse ist es. Sechs Minuten ist nämlich besser als fünf. Weil das habe ich mir letztens schon mal gedacht, ähm, dass das teilweise die Spiele ein bisschen arg kurz sind. Weil sechs Minuten finde ich dann doch besser als fünf, weil wenn ich fünf habe, dann dauern so Parts meistens relativ kurz. Und ich brauche auch immer relativ viel Material, um die geschnittenen Karriere-Parts zu machen. Einfach weil man, ja, weniger Highlights hat, je kürzer das Spiel ist, logischerweise. Und deswegen macht das mehr Sinn, wenn wir das mal umstellen. Ähm, weil ich das eigentlich von Anfang an so wollte, aber irgendwie nicht gemerkt hatte, dass es auf fünf Minuten stand. Aber so ist es ja jetzt gut. Wie doch auch sei, es geht los ins Spiel. Ginzeg hier im Sturm aktiv. Und dann schauen wir mal, wie wir gegen den HSV abschneiden werden. In der Imtec Arena, hier heißt sie noch so. In echt heißt sie ja mittlerweile, glaube ich, wieder Volksparkstadion oder so ähnlich. Heißt das so? Ich glaube, es heißt so. Ich bin mir relativ sicher, weil die Sache ist, es gibt oft Dinge, wo ich mir nicht ganz sicher bin im Fußball. Aber irgendwie habe ich doch immer recht. Weil ich so Sachen mir gut merken kann meistens. Wie doch auch sei, ähm, Fragen. Fangen wir an. Erst, die ich mir ausgeschrieben habe. Welcher Manager ist der Beste in der Bundesliga? Und das ist eine gute Frage. Das ist gar keine leicht zu beantwortende Frage. Denn es gibt ein paar Manager, die einen sehr guten Job machen. Das ist zum Beispiel, ähm, bei Augsburg, Reuter, der da enorm gut arbeitet. Aber am Ende würde ich wahrscheinlich sagen, der beste Manager der Bundesliga ist aktuell Max Eberl von Gladbach. Denn was der zusammen mit Lucien Favre und sicherlich auch anderen Offiziellen, aber vor allem natürlich diese zwei Figuren, da in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist schon phänomenal gut. Und nachdem sie fast abgestiegen wären vor, wann war das, vier, vier Jahren, fünf Jahren, sowas, bisschen, ja, ich glaube vier, ähm, wo man ja in der Relegation stand sogar und sich da durchsetzen konnte. Und dann so schnell, wie es jetzt der Fall ist, wieder zu einem Top-Club zu werden, erstmals seit vielen, vielen Jahren, erstmals seit der Fohlenelf damals, in den 80er Jahren oder wann das war, als Gladbach enorm erfolgreich war. Seither war ja nicht arg viel von ihnen zu sehen. Sie waren zwar in der Bundesliga oft, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen würde, ja, die haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen in den letzten zehn Jahren eigentlich. Aber nach diesem Fast-Abstieg ist da wirklich was zusammengewachsen, ein Konzept, ein Plan, äh, ja, einfach das, was ein Fußball-Club braucht, um erfolgreich zu sein. Das, was bei Hamburg, bei Stuttgart, bei solchen Vereinen aktuell ganz klar fehlt. Und das wurde dort mehr als eindrucksvoll vorgewiesen. Die allermeisten Transfers sind enorm gut eingeschlagen, die Eber getätigt hat, abgesehen jetzt vielleicht von Luc de Jong, aber außerdem hat eigentlich alles geklappt. Man hat einen Max Kruse geholt, der ein wichtiger Bestandteil wurde, man hat Raphael geholt, der mittlerweile sehr stark ist, was ich persönlich auch nicht gedacht hätte, denn der war ja ausgeliehen an Schalke ein halbes Jahr. Dort konnte er, ja, er war jetzt nicht schlecht, aber er war jetzt auch nicht überragend. Nachdem dann Gladbach ihn kaufte, war ich schon überrascht und dachte mir, hm, ob das wirklich so viel bringt, wie man sich hofft. Aber es hat sehr viel gebracht sogar und er ist zu einem festen Bestandteil der Mannschaft geworden. Ebenso andere Transfers. Ein Bürki, äh, Bürki sag ich schon, ein Sommer, der ein überragender Torhüter ist. Ein Tacker, der zwar im ersten Jahr Andaufprobleme hatte, aber mittlerweile einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga ist. Einen, ja, ihr merkt schon, ganz, ganz viele Transfers, die einfach enorm gut geklappt haben. Ähm, wo man auf jeden Fall, ja, sehr stolz drauf sein kann als Gladbach. Und vor allem eben als Max Eber, der da einige sehr, sehr gute Transfers getätigt hat. Generell auch in der konzeptionellen Arbeit sehr gut zu arbeiten scheint und eben das Budget auch sinnvoll einsetzt. Und dementsprechend finde ich, er ist aktuell der beste Manager der Bundesliga. Klar, es gibt auch noch viele andere Gute, so ist es nicht. Aber er ist doch, glaube ich, allein von dem, was er geleistet hat, so von vorher, nachher, in diesem kurzen Zeitraum, der Beste. Denn andere, zum Beispiel, halten den Erfolg oder auch in Augsburg haben den Erfolg sehr verbessert. Aber ich finde trotzdem, Eber macht einen fantastischen Job bei Gladbach und in meinen Augen ist er der beste Manager der Liga. Einfach deswegen, weil er so viel geleistet hat und den Klub zu dem zurückgeführt hat, was er ja ist. Nachdem man quasi kurz vorm, ja, Abgrund stand. So, so viel dazu. Max Eber, Punkt. Um es mal kurz zu sagen. Dann nächste Frage. Machst du zu FIFA 16 wieder Talente-Videos? Also, wie ich das ja zu FIFA 14 und FIFA 15 auch, also FIFA 15 zum Teil. Und 14 auf jeden Fall und 13, glaube ich, auch schon, oder? Ich weiß es gar nicht. Habe ich auf jeden Fall ein paar Mal gemacht. Und das habe ich auch dieses Jahr wieder vor. Mal schauen, wie genau ich das mache. Aber ich habe es eigentlich schon vor. Weil ich finde zum einen ist das für mich immer was Interessantes, wenn ich, bevor ich eine Trainerkarriere starte, ein bisschen einen Durchblick habe über so die Spieler, die existieren. Einfach damit ich ein bisschen was weiß. Ich merke auch, dass es vielen hilft. Und natürlich kriegt das auch einige Klicks. Das muss man natürlich auch mal so sagen. Denn auch das ist eine relevante Größe. Mir ist wichtiger, dass sie mir und euch helfen. Aber wenn viele Menschen das sehen und es vielen Menschen hilft, ist das natürlich auch nochmal cool. Und dementsprechend plane ich schon, das zu tun. Also, wie genau und ob, kann ich natürlich jetzt noch nicht zu 100% sagen. Weil es können immer irgendwelche Dinge dazwischen kommen oder so weiter. Aber ich plane schon sehr stark, dass ich das mache. Dementsprechend könnt ihr euch darauf mit großer Sicherheit freuen. Nein, die einzige Sache dabei ist, dass es so Videos natürlich auch von anderen YouTubern gibt. Da wurde ich auch mal blöd angemacht von anderen YouTubern, die die gleichen Videos gemacht haben. Keine Ahnung, das habt ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen. Das war mal unter dem, ja, weiß ich gar nicht, FIFA 13, FIFA 14, je nachdem, wo ich es das erste Mal gemacht habe, hat ein anderer YouTuber, der mittlerweile irgendwie, oder die mittlerweile 10.000 Abonnenten oder so haben, sich auch auf Trainerkarriere spezialisieren, einen Kommentar drunter gepostet, von wegen, ich hätte es von ihnen geklaut und das sei voll unehrhaft. Und ich sage gar nicht, dass es von ihnen kommt, die Idee und so. Die witzige Sache daran ist, ich hatte diesen Kanal noch nie zuvor, oder das stimmt nicht. Ich habe ihn einmal zuvor in meinem Leben gesehen, als dieser Kanal mich anschrieb, als sie, glaube ich, zwei Videos oben hatten gefühlt, ob ich sie nicht promoten könnte oder mit ihnen ein Video machen könnte. Und ich hatte halt schon ein bisschen mehr Erfahrung, habe gesagt, ja, bin ich immer vorsichtig, weil da bin ich vorsichtig. Ich finde Kanäle, die mich anschreiben, wenn sie was mit mir machen wollen oder so weiter, sollten sich bewiesen haben. Also das heißt, die sollten jetzt nicht erst fünf Tage auf YouTube dabei sein, weil da weiß ich nicht, worauf ich mich einlasse. Es kann sein, dass dieser Kanal weiter besteht und erfolgreich wird und viel erfolgreicher als meiner. Aber im Großteil der Fälle ist es so, dass die Leute dann nach zwei Wochen, wo sie merken, dass YouTube doch nicht auf einmal plötzlich tausende von Abonnenten bringt, keine Lust mehr haben und dann aufhören. Und wenn ich sowas promote, Leute, die eigentlich gar keine Motivation und keine Lust auf YouTube haben, sondern direkt wieder aufhören, wenn sie merken, dass es nicht das bringt, was sie gerne hätten, sowas will ich nicht, weil das ist, keine Ahnung, das finde ich nicht gut und für sowas will ich nicht stehen. Und dementsprechend bin ich mir vorsichtiger. Das nur mal dazu. Jedenfalls hatten die mich angeschrieben. Ich werde jetzt keinen Namen des Kanals nennen, das wäre unfair. Oh, Olic. Da frage ich mich nur, wie sich Olic gegen meine Innenverteidigung durchsetzen kann, die ja durchaus groß gewachsen ist und körperlich stark. Aber gut, 1 zu 0 für den HSV, 42. Minute, hier schöne Flanke auf der linken Außenbahn. Und dann steigt er halt am höchsten. Tor. Sechs Tore schon in der Bundesliga von ihm, das ist keine schlechte Quote. Jedenfalls hatte dieser Kanal dann eben einen Kommentar geschrieben und geflamed von wegen, ich hätte es geklaut und hätte sie erwähnen müssen und so weiter. Obwohl ich diesen Kanal eben bloß einmal gesehen hatte. Als sie mich angeschrieben haben, habe ich draufgeklickt, geschaut, was sie so machen. Und danach habe ich nie wieder was von denen gehört. Und dann auf einmal kommen sie her von wegen, ich hätte das geklaut, obwohl das eine Idee ist, die sicherlich auch nicht die als erstes benutzt haben. Fand ich ein bisschen dreist damals von diesem Kanal, aber das ist mir auch relativ egal. Wenn die meinen, die müssen da rumflamen und unnötigerweise Streit provozieren wollen, dann sollen sie das tun. Ich bin keine Person, die gerne streitet. Weder im echten Leben noch im Internet. Und deswegen geht das relativ an mir vorbei. Also, keine Ahnung. Ich weiß es besser. Ich weiß, dass es nicht geklaut ist. Ich weiß, dass ich diese Idee vielleicht mal irgendwo gesehen habe. Unterbewusst, aber sicherlich nicht bewusst ein Video gesehen habe. Und mir dachte, hey, das klaue ich jetzt. Sondern einfach den Gedanken hatte, dass es eine gute Idee ist, dass anderen hilft, dass mir Spaß macht. Von daher werde ich es machen. Kommen wir zur nächsten Frage. Machst du Sport im Real Life? Also mache ich persönlich Sport im echten Leben. Nicht mehr, nein. Ich habe früher einige Jahre Fußball gespielt. Ich bin mir nie ganz sicher, von wann bis wann. Also angefangen habe ich F-Jugend. Erstes Jahr F-Jugend. Wann ist man da? Zweite Klasse so ungefähr. Also sagen wir mal, ich habe angefangen mit 8. und aufgehört mit 13 ungefähr. Schätze ich mal. Bisschen später, bisschen früher. Weiß ich nicht. Also grob 5 oder 6 Jahre eher habe ich, glaube ich, gespielt. Fußball im Verein. Danach hatte ich einfach keine Motivation mehr. Weil so, ich liebe Fußball. Sowohl schauen als auch spielen. Also wirklich, bei mir ist es so eine Sache. Es gibt, glaube ich, zwei Dinge aktuell, wo ich sofort immer mitmachen würde, wenn mich jemand fragt. Und wo es keinen Moment gibt, in dem ich sagen würde, nö, keinen Bock. Das ist einmal Fußball. Also wenn mir einer sagt, hey, komm, geh mal kicken, dann machen wir das. Wenn es draußen schneit und regnet und ich einen gebrochenen Fuß habe, dann mache ich es trotzdem. Ist mir egal. Gut, gebrochener Fuß vielleicht nicht, aber ihr versteht, was ich meine hoffentlich. Das ist einfach so eine Leidenschaft von mir. Und da habe ich immer Lust drauf. Es gibt ganz wenige Dinge, auf die ich permanent Lust habe. Aber das ist das eine. Und das andere ist aktuell Counter-Strike. Global Offensive. Ich komme leider in letzter Zeit kaum dazu, es zu spielen, weil alle Leute, mit denen ich das normalerweise spiele, irgendwie keinen Bock mehr aufs Spiel haben. Und wir dann meistens, ich und ein Kumpel zu zweit da wären, aber sonst keiner. Und dann, ich weiß nicht, zu zweit macht es auch nicht so viel Spaß. Zu viert, zu fünft ist cool. Aber da finden wir leider aktuell nicht die Leute, weil die alle die Motivation am Spiel verloren haben. Aber ich könnte, also wirklich, wenn mich irgendjemand fragen würde, ey, ich bin mit CSGO dabei. Klar keine Frage. Jedes Spiel, auch FIFA, ich habe aktuell eigentlich kaum Lust auf FIFA. So, hier, Karrieremodus aufnehmen, das bockt immer noch ganz gut, einfach weil das ein Konzept dahinter steht und weil es einfach, ja, weiß ich nicht, es ist was anderes. Es macht Spaß nach wie vor. Aber so FIFA für meine Freizeitspielen, da habe ich absolut keinen Bock drauf. Seit bestimmt zwei Monaten oder drei. Ich war es vielleicht ein, zweimal in Ultimate Team drin, aber nicht wirklich. Also das ist wirklich, da ist komplett die Luft draus bei mir. Und das gibt es oft. Also ich bin generell auch jemand, der schnell das Interesse an Dingen verliert. Und die einzigen zwei Dinge, in denen ich das nicht verloren habe, im letzten, über das letzte komplette Jahr, ist eben CS, weil damit habe ich vor einem Jahr angefangen. Und es gab, glaube ich, keinen Tag, an dem ich nicht Lust auf das Spiel gehabt hätte, wenn mich jemand gefragt hätte. Und zum anderen Fußball, das ist schon immer so. Also, keine Ahnung, wenn mich jemand fragt, ob wir kicken gehen oder so, ich bin immer dabei. Weil ich halt, das ist halt sowas, das kann ich immer machen und das will ich immer machen. Aber im Verein war irgendwann die Motivation weg. Einfach, weil, wie gesagt, ich Fußball liebe und nicht das Drumherum. Denn je älter man wird und desto höher man in der Jugend kommt und irgendwann in die C-Jugend und so weiter. Und dann, weiß ich gar nicht, ich glaube, Ende C-Jugend habe ich aufgehört. Zweites Jahr C-Jugend, meine ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Und je höher man kommt, jugendmäßig, desto mehr wird Training zu einer Angelegenheit, wo man weniger Fußball spielt und mehr athletische Sachen macht. Man läuft ganz viel, man trainiert eben. So macht ja natürlich auch Sinn fürs Spiel. Man muss Ausdauer haben, man muss schnell sein. Das hatte ich noch nie sonderlich arg viel. So diese physischen Grundwerte von wegen Ausdauer. Ich war schon immer, also schon immer auch, als ich, komm, Korni jetzt, aber yes, sehr schön. Gutes Tor, 1 zu 0, schönes Solo. Da zeigt sich mal wieder so ein Antritt, der hier kurz anzieht und vorbeiläuft an allen. Schön. Ja, ich war noch nie athletisch, also im Sinne von Ausdauermäßig vor allem. Ich hatte schon immer, auch als ich aktiv gespielt habe und jedes Mal im Training war und viel gelaufen bin, hatte ich die schlechteste Ausdauer, die man sich nur, ja, ausdenken könnte. Das war wirklich ziemlich traurig eigentlich sogar. Nicht umsonst habe ich in jedem Cooper-Test versagt in der Schule, später auch noch, aber das war halt einfach nicht meins. Ich hatte einfach keinen Spaß daran. Das war anstrengend und nervig und ich konnte es nicht leiden und deswegen hatte ich einfach, ich wollte Fußball spielen und Fußball hat man irgendwann weniger gespielt, als ich das wollte und dann hatte ich einfach keine Motivation mehr. Ich wollte nicht mehr ins Training gehen, ich hatte keinen Bock mehr auf das Ganze und dann habe ich aufgehört am Ende. Ich war allermeiste Zeit Torhüter, also das erste Jahr, in dem ich angefangen hatte, war ich Verteidiger, habe keine Tore gemacht, nur ein Eigentor, war nicht so cool, aber ey, war F-Jugend, von daher war es auch völlig egal eigentlich und danach habe ich dann Torhüter gespielt, viele Jahre und in meinem letzten Jahr dann, als ich wusste, ich höre auf, habe ich mir gedacht, nee, komm, die letzten zwei, drei Spiele, keine Lust auf Torhüter, mache ich nochmal bei unserer zweiten Mannschaft, mehr oder weniger, wir hatten damals so viele, dass wir zwei Mannschaften hatten in der Jugend, mache ich da als Offensivspieler, als Stürmer und dann habe ich aufgehört. Und ich habe zwar danach noch einmal, ich glaube es war einmal, bei einem Turnier mitgespielt als Torhüter, weil sie halt einen brauchten und ich mir sagte, ja, mein Pass gibt es noch, spiele ich halt nochmal das Turnier, passt. Das war auch cool, aber dann war das Kapitel für mich auch vorbei, Vereinsfußball. Ich bin natürlich nach wie vor als Hobby öfter mal gehe ich kicken und so weiter, wie ich schon sagte, aber, oh, schade, gute Gelegenheit für die Derby. Aber vereinsmäßig ist da einfach nichts mehr, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte. Und andere Sportarten, außer Fußball, habe ich im Verein nie gespielt, tatsächlich. Ich habe zwar mal hier und da ein bisschen Tennis gespielt, zum Beispiel, aber nicht im Verein. Ich war einmal beim Training, aber vereinsmäßig war das dann auch nichts. Also, mache ich da eigentlich nichts mehr. Von wegen Sport im Real Life aktuell. Außer eben, wie gesagt, ab und zu mal Hobby-mäßig, aber nicht vereinsmäßig. Und dann haben wir noch eine Frage, die ebenfalls öfter mal gestellt wurde, von einigen, oh Gott, Glück gehabt, von einigen Leuten, meine Abonnenten oder viele meiner Abonnenten sind ja VfB-Fans, wie ich das mitbekomme. Und dementsprechend gab es die Frage, eine grobe Prognose abzugeben, zu kommen in der Saison beim VfB. Und da bin ich enorm vorsichtig eigentlich, denn die Sache ist, ich will natürlich nicht zu vorlaut sein und ich will jetzt nicht zu früh irgendwas ankündigen oder irgendwas sagen, was dann im Endeffekt wieder nicht zur Realität wird. Denn vor der letzten Saison hatte ich auch ein ganz gutes Gefühl und man hat gesehen, was am Ende draus wurde. Aber diese Saison habe ich auch wieder das Gefühl, dass es auf jeden Fall besser wird. Und ich weiß nicht, also hinter der Mannschaft, hinter Zorniger steht ein Konzept, habe ich das Gefühl. Zorniger macht da einen authentischen, oh yes, 83. Di Darby, aber gerade so Innenpfosten, hey, ich dachte schon, die haut die vorbei. Glück gehabt, Aluminium, da, Innenpfostentor, das gibt sogar ein Achievement und boom, drin das Ding. 2-1 Führung, jetzt muss man die halt über die Zeit bringen, aber dann klappt das, das wäre cool. Da würde ich mich freuen, wenn wir hier gegen den HSV gewinnen könnten, im gegnerischen Stadion sogar. Kommen wir zum Thema zurück aber. Das war der VfB und eine Prognose der Saison. Denn vor der letzten Saison habe ich auch schon gesagt, ja, ich denke, das wird besser und diese Saison, das ist nicht ernsthaft, der ist so schnell und knapp. Aber damals war es halt irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen verfrüht, das zu sagen. Davor habe ich Angst, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ein gutes Gefühl, wie gesagt, weil da steht ein Konzept dahinter, Zorniger hat seinen eigenen Stil und seinen eigenen Fußball und Dutt macht bisher einen sehr guten Job. Also natürlich kann man das im Nachhinein erst immer sagen, wie gut es wirklich war, denn Bobic hat am Anfang auch gefühlt einen sehr guten Job gemacht, am Ende hat man aber gemerkt, dass das dann halt doch nicht alles so gut war, wie es anfangs schien. Genauso kann es bei Dutt auch noch kommen, aber das, was derzeit man von Dutt mitbekommt, das ist sehr positiv, muss ich sagen. Er kennt die Problemstellen, verstärkt sich an diesen und konzeptionell wird da auch gearbeitet. Einfach wieder, dass hinter dem VfB nicht nur der Name des Vereins steht und ein bisschen Geld, sondern wirklich auch ein Prinzip, ein Konzept, das sich durch den Verein von der Jugend bis zur ersten Mannschaft durchzieht und somit eben Authentizität, bietet auch nö. 90. Minute, wer war das? Van der Vaad, ja ist klar, das kann der doch gar nicht in echt. Mist. Und da sehe ich positiv in der Zukunft. Ich bin gespannt, der Saisonanfang ist nicht so schwer, da muss man gleich punkten, wenn es geht, aber wenn wir das schaffen und ja, die aktuelle, wie soll man sagen, nicht Form, das stimmt nicht, aber die aktuelle Richtung beibehalten, eben schnell drauf und vor allem auch einfach zuversichtlich und gewollt etwas zu leisten, dann sehe ich da Potenzial nach oben auf jeden Fall, also nach weiter oben als letztes Jahr, vor allem weil eben die Offensive des VfB enorm viel bietet an sich, man hat einen Ginzeg, die da wie Maxim kostet Harnik, das ist allein vom Sturm her, ist das in meinen Augen ein Sturm, der in die Top 6, 7 der Bundesliga gehört, qualitativ. Defensiv ist das halt eine andere Geschichte für den VfB, aber wenn das klappt und das wünsche ich mir natürlich, dann könnten wir hoffentlich auf jeden Fall im Mittelfeld landen, sicheres Mittelfeld, das wäre der Wunsch diese Saison, auf jeden Fall mal, wenn das zu erreichen ist, dann bin ich zufrieden, denn alles was nicht Abstiegskampf ist und meine Seele nicht so vergewaltigt, wie das im letzten Jahr der Fall war, bin ich froh drüber. Das war es jedenfalls von der heutigen Episode, schreibt weitere Fragen und Meinungen in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, bis dann und tschüss. Wahnsinn, und dann schreibt Vielen Dank.